Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Secret of Mana. Wir müssen jetzt in die Goldfestung. Ich habe schon mal die Zauber festgelegt, die wir für die nächsten Gegner dann brauchen. Aber ja, die Tür ist verschlossen. Joa, scheiße, was macht man da jetzt? Ja, jetzt müssen wir gleich mit irgendjemandem reden. Ich hoffe, das ist jetzt gerade nicht der, wo ich denke, mit dem wir reden müssen. Gehen wir einfach mal mit denen, Heini, hier. Aber niemand außer der Königin Manum darf ihn betreten. Ähm, ja, cool. Irgendjemand müsste da rein, hier zu leben. Ist so teuer, wie man... Wie man meinen würde. Ja, was denkst du? Du bist in einer Goldernstadt. Denkst du, die Stadt ist so gratis? Was denkst du, die Stadt kostet ein bisschen was? Verkaufst du irgendwas Cooles oder nicht so? Oder vielleicht? So, ja, die Sachen, die wir schon alle gekauft haben. Ich erinnere mich. Nee, wir suchen irgendwie einen Eingang in das tolle Schloss da. Aber okay, ich glaube, wir müssen wirklich dahin, wie wir in anderen Spielen hin müssen. Deswegen gehen wir wohl ein bisschen. Und zwar muss man hier einmal auf die Stadtmauer rauf. Ich glaube zumindest so, dass das so war. Dabei nutze ich auch gerne die Sprintfähigkeit. Man kann nämlich sprinten, indem man B drückt. Und ich finde die hier sehr sinnvoll. Man sieht halt, Sock Assism geht da unten runter, aber das interessiert mich eigentlich wenig. Also, weil man hier halt echt wie verrückt sprinten muss und ist halt echt aussozial. Der Turm an der Randstadt war im Tempel des Lichts bekannt, zumindest bis König Mann um ihn verschlossen und versiedelt hat. Der Schlüssel zum Turm wurde von einem Spion aus Tasnika gestohlen. Keine Sorge, er wurde gefasst, bevor er die Südstadt verlassen konnte. Den Schlüssel hat man nie mehr gefunden. Ich wüsste nur zu gern, was sich in diesem Turm befindet. Ja, das wüsste ich auch gern. Und Spion, den man gefasst hat und umgebracht hat. Ich glaube, wir müssen eine Runde nach Südstadt. Da kennen wir ja schon unsere nette Bekannte, die Maria, die uns den tollen Zahnkopf 634 gegeben hat. Ich glaube, es war 634. Sollen wir mal. Ich will halt schlecht in Orten finden. Na, es ist... Hat man aber schon öfter beim Imperium Südstadt. Ja, da wollen wir hin. Südstadt. Da wurde ja gefasst. Da müssen wir dahin. Oder was, Nordstadt? Ähm, ja. Ich glaube, wir müssen noch hier oben. Nein, hier ist eine Stadtmauer mal wieder. Dann haben wir gleich das Haus, der Maria ist. Ich hoffe, die wohnt da noch. Die Truppen des Imperiums haben meinen Mann dabei erwischt, wie er den Geheimschlüssel von der Goldinsel entwendet hat. Hier ist er. Ich bewahre ihn seither in dieser Kiste auf, als andenken an ihn. Mein Mann hat sein Leben für diesen Schlüssel gegeben. Sein Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Hier, ich überlasse ihn euch. Lasst das Imperium damit nicht davon kommen. Schlüssel für den Goldenturm erhalten. So easy war das. Hat man mal wieder die Maria getroffen. Das ist so scheißegal, dass wir das Imperium eigentlich da schon besiegt haben. So, ach, ihr habt es geschafft. Ja, hier, ich habe noch einen Schlüssel. Was könnt ihr denn damit anfangen? Ja, schon ein lustiges Spiel. Dann, auf nach Goldstadt. Wovana, diese Scheiße. Ist aber das richtig hier? Goldene Turm. Da will ich hin. Zum goldenen Turm. Ladevorgang. Wir bestimmt lustig. So, wir stehen genau vor dem Turm. Leute, wir gehen rein. Ich als kluge Socke nimm eine andere Waffe. So, ja. Ihr könnt die ja ruhig besiegen. Ich öffne mal die Schatztroll. Und was ist da drin? Ein Lanzenorb. Diese Frostköter sind auch neu. Das sind nämlich Zombie-Wölfe. Ich glaube, die hießen auch im Echt Zombie-Köter, glaube ich. Zombie hatten die auf jeden Fall Namen. Die können auch Wolf geheißen haben, aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und da hat dieses Spiel gerne alle Namen verändert. Ist das wieder so ein süßer kleiner Ninja? Hm, hm, hm. Äh, warum ich gerade so viele Gegner bekämpfe, liegt daran, also, wer jetzt das Aufleveln nicht gesehen hat, ich habe keinen Bock gehabt, die Waffen aufzuleveln und habe nur die Zauber hochgelevelt. Deswegen hat, ähm, Piri und Layla gerade noch die Waffe, die aufgelevelt werden muss. Und, ja. Ich fand irgendwie das nicht so wichtig. Ich lade jetzt mein Schwert auf und dann... Gnade euch Gott! Ihr seid hier ja alle tot. Wenn mein Schwert einmal nur aufgeladen ist, weil die anderen zwei Deppen kriegen ja nichts auf die Reihe. Der sollte tot sein. Aber auch nur so ein bisschen. Down, geh down, geh down. Ja, und wie gesagt, das ein bisschen leveln müssen wir. War ein bisschen faul zu. Oh, da sind wir schon beim ersten Gegner. Ähm, die... So, wir hauen einmal eine Schlammbombe hier drauf. Diesen süßen kleinen Schmusekater kennen wir ja bereits schon. Der hat ungefähr 2000 Leben, wenn ich mich recht erinnere. Und, ja. Ich hau einfach eine Schlammbombe nach der nächsten drauf. So, der landet dann, glaub ich, auch ganz gern. Genau, der verliert dann seinen Kopf. Ich glaub, wenn er die Hälfte hat, verliert er seinen Kopf. Und ich hab mich immer so gefreut, yay, er ist down, ich hab keine Magiepunkte mehr. Aber nein, er lebt dann einfach weiter und hat seinen Kopf zurück. Oder im Original hat er einfach einen abgetrennten Kopf. Und ich dachte, das ist wie ein Bug von Spiel, aber war's nicht. Und zwar schon sehr creepy. Der sollte jetzt aber langsam den Geist aufgeben. Das müsste jetzt der Kuschelkater sein. Der erste war ja der Schmusekater, okay. Piri, okay, die haben alle... Wow, voll cool, jetzt hatte ich nämlich volle MP. Da hatte ich jetzt nämlich grad Angst, dass wir schon eine Wahl losnehmen müssen. Aber gut, haben wir geschafft. Jetzt kriegen wir, glaub ich, einen Bogenorb. Bravo, und weiter geht's. Weil das sieht aus, und weiter geht's, geändert haben. Das find ich echt unfair. Bummerangorb, okay, Bummerang. Okay, cool, jetzt öffnet sich hier so eine Tür, wo man hochgehen kann. Ähm, mit Socke wechsle ich gleich den Zauber, aber für den nächsten brauchen wir Elektra. Dann nehm ich einfach mal den Blitz. Man könnte zwar auch den Urkanschub nehmen, aber ich mag irgendwie dann doch lieber den Blitz. Hier ist aber der Bogenorb, komm, der Bogenorb. Der fehlt uns auch noch in unserer Sammlung. Okay, die Axt. Dann halt nett. Können wir hier rausgehen? Nein. Können nur hier vorangehen. Ey, ein Gegner, komm, wir machen den Down. Und wir haben nichts Besseres zu tun. Der Gegner oben kann warten. Ja, keine Ahnung. Also, mir macht das Spiel sehr viel Spaß. Ich hoffe, das merkt man auch. Und ihr habt vielleicht auch so ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wenn wir hier fette Action machen. So, Zombie-Wolf ist kritisch getroffen und er ist down. Ey, ein Krabscher. Süß hatten wir schon eigentlich mehr. Daran könnten die beiden super leveln. Ich glaube, er ist gestorben. Geht schon zum nächsten Boss? Ich glaube, wir schon... Ja, hier nochmal so ein wunderschöner Minotaurus, wo wir auch schon hatten. Ich stehe, glaube ich, gerade genau in seiner Schussbahn. 600 Schaden macht ihn das. Also, das ist nett schlecht. Der hat nämlich, glaube ich, auch nur so ungefähr 2000 Leben. Also, ich mache einfach auf den jetzt halt noch einen und dann ist der down. Ja, kommt, ihr könnt auch ein bisschen angreifen. Nicht nur mal hier machen lassen, sondern auch mal selber was machen. Jetzt kriege ich auch einen Bogen-Worb. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Bogen-Worb, komm. Es ist der Bogen-Worb. Ich glaube, wir haben noch gar kein Schwert-Worb. Ich habe immer Angst, meine Orbs liegen zu lassen. Bogen-Worb. Ja. Die asozialste Waffe der asozialen Waffen. Okay, ich beende dann einfach mal an dieser Folge die... An dieser Stelle die Folge. Nichts... Ja, so rum. An dieser Stelle beende ich mal die Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Wenn uns der neueste Geist erwartet und es weitergeht bei Secret of Mana. Bis dahin. Tschüss.